Herzlich Willkommen zu einem neuen Fahrenvlog. Ich werde heute Stroh führen. Den nehmen wir euch wieder ein wenig mit überall. Wir werden schon beim Wagen führen. Dann warten wir dort hinten eh schon. Ich fahre da mit einem 61, 40er Steirer CVT und unserem Bolenauchhänger. So weiter gehts. Ich filme heute mit einer DJ Osmo Pocket. Schauen wir mal wie das funktioniert. Von der Tonqualität. Es kommt dann auf, wenn ich mir daheim ausschaue. Er fängt schon zu lange an. Er landet mit einem 40, 75er Kompakt. Er ist schön da hin. Ja. Wir fahren mal raus. Ja, den Tag haben wir schon Quaderballen geführt. Da haben wir ein paar Fuhren gemacht. Ich glaube 600, 700 Quaderballen haben wir gemacht. Das ist schon der Tag. Und gestern haben wir den ersten Teil Rondballen gepresst. Da werde ich auch ein paar Szenen zeigen. Ich habe mir gedacht, dass ich da überall wieder etwas zeige. Vom Quaderballen pressen. Vom Rondballen pressen. Vom Lohner mit der Drohne. Und dass ich das dann ein wenig zusammenschneide. Und dass wir da ein fesches Video zusammenbringen. Jetzt seht ihr es noch mal von außen. Ich werde dann auch ein paar Videos einfügen. Mit der Drohne und so. Super Traktor. Magst du schön fahren damit. Ja, das was wir im letzten Vlog schon mal gesehen haben. Beim Strahführen. Wir fahren da 18 Wagen auf. Es geht ein Meer. 20. Aber bei den Ecken geht es sich nicht schön aus. Vielleicht bauen wir da mal was dazu. Aber ich glaube, das habe ich letztes Jahr schon mal gesagt. Geschenk ist nicht über nichts. Aber nicht so tragisch. Tobias, Land da drauf. Ja. Ja. Na ja, mal schauen. Vielleicht zeige ich euch nachher noch das Zähnen. Oder vorher das mit dem Quaderballen pressen. Ich weiß nicht, wie ich das einfügen soll. Aber so dass alles wieder mal seht. So lohnen natürlich auch noch. Ja. 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 Dann schauen wir weiter. Ja. Test. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.